Wir haben keine Zeit, wir müssen Nathans Rune finden, äh Raummeistert finden Das ist es nicht Bigfoots got big bones Also die Bigfoots haben die Geier Um es mal Johan, that's how it works This just makes me think of Kate Don't be bullied, if you're the victim of bullying, you are not alone Come join a month please, support discussion group Also, einmal im Monat gibt's also eine Diskussionsgruppe zum Thema Mobbing Stuhlkreis There is no unique picture of reality, Stephen Hawking Right, alright Wrong I can have a little fun with Warren for a change I mean, he's the one who wants to go ape And sometimes you have to take a chance and see what happens Oh, wait a minute Are you, oh sorry, I can't wait a minute I hope Warren doesn't think that's too dorky I mean, not like he isn't Cutie Because you are cutie Are you, are you, are you, are you, right of copper and tellurium because you're cute Are you made, made of copper and tellurium because you're cute Wollen wir das lassen, das lassen wir oder? Das lassen wir Obwohl, wer weiß, hat sie unterschrieben? Nein Nathan is so bleh Nathan is so bleh What's happening? Sorry Kate Looks like one of the jocks did care about Kate Who is in there? Oh, you Bigfoots Die bitte gegen Ayano So, jetzt reicht The Prescott's rule this town Yeah Ah, ah, kannst du es erinnern? No Blech Na dann Lalalala Ah, das war ecklar Oh, oh wie gar nein Also dahinter Nein Löscher an der Wand Lalalalalala Alter Schalter It's vibrating In my hands Oh Gott, Psycho-Card geht nicht überlassen Oh, was ist das denn? Was ist das denn für ein Beamer? Oh, nee Was ist das? What the fuck? Alter Now I need to find Nathan's phone Or anything with clues Oh, Joyce? Oh, Joyce? Max, jetzt gerade, wo David gerade nicht da ist, brauche ich Chloe, um Sie soll jetzt nicht so viel Blödsinn machen und wir können das jetzt alle nicht gebrauchen, dass irgendwelcher Mist passiert Ähm Genau Ähm Aber wir können das ganze nicht verhindern, wenn so ein Bullshit passiert, wie nachts in Blackwell einzubrechen Ich weiß, dass es passiert ist, also mach dir keine Mühe, das zu verleugnen Erklären Achso, oder zu erklären, genau Ja Äh Ich hatte gehofft, dass du sie zurück auf einen richtigen Pfad bringst Ähm Aber es sieht so aus, als ob sie wieder erneut Scheiße baut Äh Du könntest so ein guter Einfluss für sie sein Äh Mal abgesehen davon, wenn ihr beide auch so blöd handeln wollt Aber sie kann jetzt nicht damit weitermachen, David die Schuld zuzuschieben Naja, weil sie macht es ja jetzt selber, ist ja jetzt nicht Davids Schuld Ja, tut mir leid, Joyce Ich habe keine Shenanigans Äh Achso, vielleicht auch ich kann mal vom Weg abkommen So nach dem Motta Ja So nach dem Motta Ja Aber ich versuche einen guten Einfluss auf Chloe zu haben Was weiß ich, Max Ich vergesse manchmal, dass ihr noch junger Erwachsen seid Ja, genau Ja, das kommt schon hin Da war noch was? Was? Äh Nein, nein, ich habe immer den falschen Nein, 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 stopp, stopp Äh Was tust du? Ich mache nichts! Ich mache nichts! Ich mache nichts! Und es hört nicht auf! Ich tue nichts! Es geht nicht! Du drückst, glaube ich, über den falschen Knopf Weil du immer den nimmst und nicht den den nur einfach zurückspulen lässt Oh, da wollte ich eigentlich hin Was soll ich denn jetzt noch gucken? Da war doch eine SMS Ach, von Justin Was? Ach so, hier, ne? Bestimmt Hey Justin, you busy? Hey Justin, bist du gerade beschäftigt? Max Wax! Ja, ich bin damit beschäftigt, grob zu gammeln Was ist los? Kennst du einen Frank Bowers Drogen Das ist alles? Frag Nathan Der kennt ihn, glaube ich Ja Ja Okay, versuche ich Danke Justin Für was alles? Also so wie, you're welcome Darf ich jetzt hier gucken, bitte? Ich möchte hier gucken Du bist jetzt hier Oh, der kennt ihn Oh, der kennt ihn Oh, der kennt ihn Oh, der kennt ihn Oh, er ist die Oh, er müsste mich Bistard Bistard Of course Ich möchte mal besser Was zum Teufel ist das? Hey, ich hab keine fucking Idee Was läuft über den Laptop? Pils? Weißt du aber doch gerade irgendwas mit Pils? Ja das... Mit Alkohol. Ist ja eine tolle Mischung. Nom nom nom. Ist der nächste der sich umbringt. Möchte Foto... Ist doch Maritim! Von wem ist er das überhaupt? Wasa? Von Nathan an Victoria. Ach da steht das zu. Ja. Irgendwas teures anziehe. Irgendwas teures anzieheheeeen. Ich habe mein Vater gesagt er solle dafür sorgen dass die Schweine von Blake weg bleiben und mir geht das nicht einfach weg. Äh, blablabla. Vortex Club, Oktober 2013. Ja, ja, Kate. Kate's. Kate's Video. Ah, der Papa. Du'll fuck it up, son. Boah. Ich, äh, sind immer für dich da, wenn du reden möchtest. Oder? I'm here to talk if need be. Genau, wenn's nötig ist zu reden. Mach einfach einen Termin. Jederzeit. Deine Mutter möchte, dass Dr. Bill, äh, kommt nach der Buchtour. But for now, let's stick to your prescriptions. Prescriptions. Also lass jetzt erstmal bei deinen Verschreibungen bleiben, so wie sie sind. Und... Boah. Ich brauch dich, äh... Ruhig und leise. Ja. Während Pan Estates, äh, hier ist. Developed? Äh, aufgebaut wird. Aufgebaut wird, ja. Ich weiß, dass ein Prescott zu sein manchmal eine Bürde sein kann. Äh, und dich in diesen Raum zu führen ist... Also Schritt für Schritt ist, äh... Meine Aufgabe als Vater. Genau. Es war auch hart für mich, als mein Vater mir die Augen geöffnet hat, was unser Schicksal ist oder was unser Leben sein wird, aber... Ich will dir eines Tages danken. So. Mach dir keine Sorgen über Blackwell. Dieses Scheißhaus... Diese Scheißhausstadt... Ja. Äh, wird irgendwann mal komplett überholt werden. Ja. Ich möchte, dass du bereit bist, wenn es soweit kommt. Mach keinen Scheiß, Sohn. Dein Vater. 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 Also das ist Christine. Seine Schwester, aus Brasilien. Ja. Sie hat lange nichts mehr von ihm gehört. Ohhhh. Bitte lass mich doch, ähm, daran teilhaben, was gerade bei dir so abgeht. Hm. Hm. Ich höre immer von meinem talentierten Bruder, Nate. Und die Mutter hat mir erzählt, dass du Ärger hast und dass Papa dich wohl so ein bisschen ignoriert. Ich weiß, dass du Dad liebst, Nate. Aber ich bin leider jetzt im Dschungel eine halbe Welt entfernt. Don't let him change you into one just for the family legacy. Also sorgt nicht zu, dass er dich auch in so einen macht, wie er ist. Die scheinen so ein bisschen ausgestiegen zu sein, ne? Ja, genau, genau. Ende der Lektion. Du bist an der Schule und ich möchte, dass du dich dort wohlfühlst. Ich muss jetzt zurück in die Mangroven. Ich sende dir gute Gedanken. Schreib mal lieber zurück. Oder ich muss dafür sorgen, dass ein Jaguar in dein Zimmer verschifft wird. Ja, und oben steht noch, ich vermisse dich und deine Bilder. Kisses, Chris. Puh, Dexter, mein Generic hatten wir, glaube ich, aber schon mal. Als Störung. Äh, Nathan, ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen für die momentanen Schwierigkeiten. Ihr Name und ihre Reputationen sprechen für sich selbst. Also, ich habe dem Vater versichert, dass sie niemals eine Waffe mehr zur Schule bringen würden. Ähm. Ich bin mir sicher, dass dieses unleidliche Thema am Ende der Woche erledigt sein wird. Oh, weil ich sie nicht von der Schule werfen will. Wenn du irgendwelche, achso, wenn sie irgendwelche Fragen haben, dann bin ich immer für sie da. So, jetzt haben wir ein Pläusch hier bereit. Was ist denn das? Das ist voll creepy. Komm, wir warten. Spielzeug war auch. Oh, was ist hier? Oh, ne Mende, können wir leider nicht lesen. Ist abgerissen da unten. Noch ein Stück. Dicke Leute, ne? Der hat ja wohl ein Problem mit. Äh. Ich wollte gerade sagen, das sind doch wir. Äh, das sind ja wir. Aber was stört denn da immer so? Das ist doch nur eine Wichsvorlage für den. The New Romantics, Romantics, oh. Ich schlage hier, Moment. Scratch Marks? Was ist der Dabt? Der hat das Sofa bewegt. Der hat das Sofa bewegt. Move. Wow. Das Handy, wa? Oh, ja. Aber? Und da sind wir doch gleich wieder zurück. Da hat er sich kurz der Akku der Kamera verabschiedet. Den haben wir mal kurz gewechselt. Weiter geht's. Das ist so, Chloe. Hey, Arschloch. Arschloch. Wir müssen reden. Oder ich sage jedem an der Schule, was du getan hast. Und du wirst dafür bezahlen, motherfucker. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, Chloe. Ähm. Kannst du mal gerade meinen Herzschrittmacher überprüfen? Ich glaube, mein Herz ist gerade stehen geblieben. Was ist das für ein Foto? Der hat sie unter Drogen gesetzt. Und sie war wohl nicht vergewaltigt. Ich sag dir das. Dieser, dieser... Boah! Hier, da steht der ja drauf, ne? Ist das ein Kerl? Ist das ein Foto von einem Kerl? Hm. Der, der... Ne, ach, Mensch, ich hatte doch den Dings. Gott, ey. Oh, das Poster ging eigentlich auch. Nein, das ging nicht. Das Poster hat sich Projekte und so. Okay. Rann, was liegt auf dem Bett? Oh, Zeitschriften. Ich will hier weg. Oh, Gott. Der hat der Bill. Und da? Damn, Nathan. That's a nice shot. If only all your energy went into photography. It's so damn creepy, but... The guy has his own style. Oh, ich krieg Gänsehaut. Wirklich, ne? Können wir bitte gehen jetzt? Ich will hier raus. Cool. Now it's open. Und das woanders machen? Darf ich bitte gehen? Danke. Let's go. Ne. Ja, können wir bitte gehen? Und das woanders machen? Oh. Oh, ja, nice. Ich will das. In your dorm? In Trino? In Trino? Oh. Forin! Ja, warte mal was, oder? Nein! Mein Hero! Komm, ich küsse dich! Nein! Alter! Was muss ich machen? Ja, ist gut, ist gut, ist gut, komm! Stopp! Ich habe jetzt gar nicht gefragt, ja. Nee, richtig. Es reicht, es reicht, es ist gut, er hat's ja. Warum schockt er noch unten, weißt du? Die muss weg, er schießt dich doch selbst! Geh! Die Tür ist noch offen! Gerda, wolltest du bitte? Wolltest du bitte gehen? Du willst ihn doch nicht sterben lassen, oder was? Was überlegst du? Willst du es ändern? Ich weiß es nicht. Der hat die Waffe noch. Natürlich hat er die Waffe noch. Ich würde gerne wissen, was passiert, wenn wir ihn weiter prügeln lassen. Ja, dann stirbt Nathan und, ähm, dreimal darfst du raten, wer dran schuld ist. Bist du sicher, dass der stirbt? Nö. Natürlich nicht, nichts ist dir sicher. Ich versuche jetzt mal den anderen Button. Vielleicht? Maybe? Wie? Mit dem nachher nehme ich mehr Kontrolle. Und... Here comes! Naja, ein Stück musst du schon noch. So, stopp. Ich kann ja danach nochmal zurückspulen. Ich kann ja danach nochmal zurückspulen. Oh fuck! Ja komm! Oh Gott! Nee, wir machen das andere. Oh Gott! Gefällt mir besser. Ja, gefällt mir auch besser. Oh Gott, ich dachte, sie schießt jetzt. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Das wäre nicht besser gewesen. Damn, Warren went full alpha on Nathan. And it was good. But scary. Ich w... Wir lassen uns so. Ja, gut. Ja, dann weißt du mal, wie es ist, du Kleine! Komm, wir treten nochmal drauf! Aber wirklich. So ging es Schienenbein oder so. Oh Gott! Da hast du gut entschieden. Ich hab's gedrückt. Wir haben die Waffe! Wir haben die Waffe! Sehr gut entschieden. Wir haben die Waffe! Und das wird sich noch zeigen. Chloe und eine Waffe? Ich bin da immer noch nicht so überzeugt von. Er hat jetzt zwei, ne? Lara Croft-Style. Wenn wir fetchen. Okay. Der zitert voll! Kannst du ihn nicht mal um Arten oder so? Bitte kürzen! BITTE! Oh Mann, um Armin doch wenigstens mal, mann! Oh Gott, please, kiss, 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 come on! Nicht nur ein! Oh, morgen ist die Welt am Arsch und du küsst ihn nicht! Jedes Mal, jedes Mal geht sie weg! Wir schwanken so, was ist los? Gehen wir zu? Wie gesagt, Frank will mich jetzt sehen. Lass ihn nicht warten. Boah! Mein Nervenkostüm, ne? Es ist ein einziges Entscheidungsgeschreibe hier. Oh, Strand! Meine Damen und Herren, ich wittere Fotos. Ich will da einziehen. Ne, okay, nicht da. Ich wollte gerade fragen. Oh Gott, die ganze Totenart! Erstes Foto. Obviamente, ich bin nicht beteiligt auf dich. Das ist deshalb, ich habe eine Räume. Und ich könnte sogar noch einen Räumen zu retten. About time. Ich werde dich so gut verletzen. Es gibt keine Chance, dass wir das passieren können. Ich freue mich auf den Tag, wo wir einfach gehen können. Was ist das? Oh Gott! Ich hab nur keine Waffe. Warte, warte, warte. Im Prinzip, äh, warte, warte, warte. Ja, im Prinzip. Ja, im Prinzip. Folge vorbei. Und so viel zu tun. Und mein Gott. Was tut sie da? Bleib stehen. Kann man, ich will nur mal kurz gucken, kann man hier irgendwie zu den Wahlen hin? Ich will nur gucken, ob es geht. Ne, okay, gut. Dann muss man da irgendwie anders lang gucken. Ja, da hinten bestimmt. Juti, das für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten und oh mein Gott, Leute, es wird einfach nicht besser. Lasst euch überraschen, was noch so passiert. Tschö.